Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Juni 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Berlin-Friedrichshain. 1953 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 58 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 653 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017